Herzlich Willkommen bei Andreas Thielbacher, Health & Fitness Store in Karlsruhe, Ihrem professionellen Berater zum Thema Home Fitness, Kato-Training, Ernährungsberater und Personal Training. Heute mit einem Sonderangebot. Ich habe hier in meinem Personal Trainingsbereich und Ausstellungsbereich für meine Krafttrainingstation habe ich eine Vision Fitness ST710 steht. Eine Maschine, wo man zu zweit funktionales Krafttraining ausführen kann. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, in diesem Bereich bedingt durch einen Gewichtsblock und auf dieser Seite bedingt durch einen zweiten Gewichtsblock die Möglichkeit gleichzeitig zu trainieren. Man hat hier die Möglichkeit, über diesen Rückenkanismus, auch hier im Bereich der Rückenlehne, habe ich die Möglichkeit einmal horizontales Rücken auszuführen. Ich kann einmal horizontales Bankdrücken ausführen. Ich kann durch die Neige zwischen nach vorne Schulungen zu trainieren. Ich habe hier die Möglichkeit, den Vorder- und Oberschränkchen zu trainieren. Hier, ganz wichtig, haben wir den verstellbaren Kabelzug. Der lässt sich höhenverstellen, auf alle Höhen einstellen zu werden. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, setzendlich in Bizebübungen, Trizbübungen, Schulterübungen, Rückenübungen auszuführen. Dann haben wir hier noch den Lattzug für die verschiedene Zugübungen für den Rücken. Und, ganz wichtig, wir haben hier eine Beingresse. Und zwar eine Beingresse mit einer schreckbaren Fußplatte. Und somit passt sich natürlich diese Fußplatte dem Fußwinkelverlauf unter Belastung an. Perfekte Home-Train-Maschine, sehr massiv gebaut, ein Jahr bei mir im Einsatz im Personal-Training und im Ausstellungsbereich. Somit kein Verschleiß, wie neu. Neupreis normalerweise 5000 Euro, Preis auf Verhandlungsbasis. Das war's, Andreas Triebacher. Herzlich willkommen, Herr Karswohl, Ihre Fitness, meine Aufgabe.